Musik Herzlich willkommen zu einem Firmenrundgang bei der Hermann Fessler Söhne AG. Unser Familienbetrieb steht seit 1935 für individuelle Möbel. Wir legen großen Wert auf exakte handwerkliche Ausführungen. Alle Möbel werden mit viel Liebe zum Detail in Einzelanfertigung mit dem von ihnen ausgewählten Holz und ihren Wünschen entsprechend gefertigt. Größte Sorgfalt lassen wir auch bei der Restauration von Antiquitäten walten. Musik Die Philosophie baut auf Tradition langjähriger Erfahrung und gut ausgebildete Möbelhandwerker. Unsere Kompetenz ist breit gefächert. Von Schnitzarbeiten über Intarsienarbeiten und Restaurationen von Antiquitäten bis hin zu klaren und schlichten Designformen beherrschen wir verschiedenste Kunsthandwerke. Für Junge und Junggebliebene fertigen wir Möbel in moderner Ausführung. Musik Auch in traditionellen Möbeln werden raffinierte Details und modernste Beschläge eingesetzt. Wir sind die richtige Adresse für Ihre individuellen Wünsche bezüglich Möblierung und Inneneinrichtung. Es freut uns, Sie demnächst in der gepflegten Möbelausstellung im schönen Appenzell zu einem persönlichen Gespräch begrüssen zu dürfen. Gerne besuchen wir Sie auch bei Ihnen zu Hause. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020